Und ein wunderschönes Gute gewünscht, heiße ich noch nicht bei MyMan's Play. Ja. Äh, ich hoffe, die hört ihr neue Musik am Honegrund. Äh, wenn ich zum Beispiel eure Honegrund gesehen habe. Bäm! An! Bäm! Ja. Ah, ihr seid besser lag, ich weiß nicht wie was. Ja. Wie ihr seht, ihr habt schon relativ viele Move-Bouten. Ich hoffe, dass sie auch noch rausgehen. Schaden ist zu besser. Aber mir seht... Wie ihr seht, ja. Hm. Viel daran wicke, dass man auch so Sachen hundern kann man auch kill... ähm... Ja. Schon viel gemacht, ganz, ganz viel. Ich habe keine Menge vegane Leute zu tun. Ja, du, 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 du. Wenn die Algo da rauszuzähnen, werden die Algo-Maker gefeiert und dann werden sie Algo in ihre Spanke gekillt. Passt. Passt. Korrekt. Passt. Korrekt. Ja. Ja. Ich habe ja schon, ähm... beau zu sein. und dann verheiratet ob die Hautverstattung und die Röpflüge dann, äh, das ist ja noch ganz wichtig also, ähm... ich will jetzt mal eine Gruppe die machen... so wie... so wie ich meine eine Art... äh... ich hab genug Dinge ich bin noch... äh... ich sag's nicht ohne Bambus eine Art, ähm... in die... ja, Indie... Indie... Pop... Indie... Indie-Musik werde ich nicht schlecht finden ähm... wenn ich die Gruppe kommen sehen natürlich habe ich meinen Kurs hergewischt für eine Metal-Gruppe, wie immer ähm... nicht... ich will nicht so, dass sie schlecht sehen sehr gut aber ich kann ja die Story... Background-Story mal ein bisschen erzählen wie ich... aaaah... du Asozial-Stick ähm... du... du... wie gesagt... ich kann ja schon mal erzählen wie, äh... die Gruppe kommen sind ob sie... relativ, äh... einfach... ich war... um, äh... Konzer... ähm... von Nas Nas Reloaded eben Senior Nas Nas, äh... das... äh... äh... das Event... ich wollte schon so das Konzer... äh... äh... das Event... ähm... äh... natürlich sind nicht wenigstens Nas Nas-Sünergänge dem unsere... oder wenigst, äh... äh... so Sachen wie... äh... Tues... oder... wie äh... Moff... wie die Mäschlitz wollen wir da machen? Nein, ich war tatsächlich für... Lucid da gewischt Ja, Lucid hat... äh... gespielt... spürt, komm... dann kannst du nicht in den Kurs sein... kannst du in den Oli... die Macht an... Kompagnonen kannst du nicht am Stich... am Stach los sein... natürlich... äh... 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 ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Du war auch natürlich, ähm... ähm... mein... live... an... guten Kollegen! Dennen wir sie doch einfach nur mal so. Sie... gehen wir wahrscheinlich auch recht. Von, ähm... Geeks... live... Luxemburg... Geeks... live... Luxemburg... G... L... Du war natürlich auch dort vertraut. Sie haben den Konzert gefilmt, Fotos gemacht, etc. pp. Sie haben den Fotos gesehen. Der Manns hat doch von den Fotos... braucht, ähm... Konzerne, etc. so Sachen zu machen. Geeks... live... Luxemburg... Professionelle Leute. Sie und Leute tatsächlich. Sie hat doch... gut können machen. Könnte ja auch Sie wollen... wenden. Ähm... Brecht nicht zu, dass ich erst sie geschickt und schwinge. Das geht so weiter. Und ja... Ähm... Also ich hatte... ähm... meine, äh... coole Lucid-Band gekommen. Ich bin hier... bei... bei der Area, wo ich... gedrängt saß... bis wie mal... und sie gespielt hat... Tui... Tui so oder Tui... äh... Korrig... Sorry, wenn ich... falsch aus schwarze mir... Ja... Du hattest, ähm... wenn ich sie gelauscht hat... Ich hab schon gedacht, okay... weil das wird dann doch dann für Musik... so... Also noch was hier nicht geschwärt hat... äh... ähm... Du hattest dort dafür... komisch Musik, so... hm... Ich hab schon gelauscht dort... Aber ich bin mal... ohne Kack... das ist tatsächlich so... und äh... ähm... Ich muss hier mal ein Holz mischen holen... ähm... und ähm... und ähm... und ähm... Life is Strange mischen, denke ich... da sind verschiedene Leute kommen... So wie kannst du... äh... von hier... ob... Life is Strange... Keine Ahnung... Mein Vermutung, als... ähm... Dei ähm... Musik... respektiv... Dei ähm... Ähm... Ich weiß schon, aber trotzdem mal nach Heimat... Dei ähm... An der... an der ganz... ähm... Life is Strange, also... Life is Strange ist tatsächlich auch... an ähm... dem Job von der Musik... Und ich komme so... WTF... Dei ähm... Dei ähm... Die musst du eben als Gruppe kreien... Die musst du freuen, ob du eben... die darfst, ähm... als ähm... als ähm... Gruppe holen... Ähm... Natürlich, ähm... Merci... Sie haben auch... eine CD aufgereiert... wie das ich auch... die Musik kann benutzen... Ich hatte auch... eine CD gekauft... Das ist tatsächlich... mein... Monster Problem... Wie man sieht... Ludo relativ viel... in Bücherkot... Ähm... Das ist tatsächlich auch... mein... Monster Problem... Sie waren wirklich... ähm... ungeduld... Das tut sie wirklich... gefreut... Ah... Du hast uns eben ein bisschen... erklärt... was ich machen... Sie waren... Sie waren... und... Du... Ich fand auch... auch gut... dass Leute über solche Sachen... mal unerkennen... von denen... so Sachen wie das... möcht... Sie machen... Was ja nicht... selbstverständlich ist... Und... Ja... Du... Du... Bis zum Gespräch kommen... weil ich... Ähm... Ich... muss das Logistisch... äh... Ich nehme... extra... weil sie in den Standgang... wo sie mich verkaufen... z.A.P.P. und ich gefunden... ob jemand... ich von... äh... kann... äh... schwärzen... oder ganz grob... für eben... Musik können sie benutzen... Theoretischerweise... die... 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 blablabla sind... wie... äh... 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 auch... den... ich... im monkeys... den... ganz... ja... Und ich habe schon gesagt, dass das coolige Wies schon auch tatsächlich ist, die Musik, die ich normalerweise benutze, als nicht die, die ihr macht. Die haben noch gar keine Probleme gehabt, sondern... Ich habe schon gesagt, dass ich tatsächlich... Ich denke, ich habe schon einfach einen Top-Bot-Wies. Sie sagt, ah cool, ich will ja Musik holen. Ich habe noch ein bisschen gesagt, dass ich Ihnen gefallen habe. Und ja... Und ich tatsächlich sehe nur als meine Musik auf meinem Kanal. Jetzt sind wir von Ancient My Table, auch von 0.5. Wir sind auch noch ein bisschen... Ein bisschen meine Lust und Musik wieder gegangen. Heute passt wirklich echt ein bisschen mehr an den ganzen... Stil... Von Minecraft, wo ich mache. Der passt noch ein bisschen besser. Was auch noch gut auszuschließen. Das habe ich voll fast gesehen. Aber da ist es gut auszuschließen. Das ist tatsächlich dann... Obwohl hier... Und da... Ähm... Da tut man eigentlich gut nicht brauche, weil ich nämlich... Wahrscheinlich wird... Ja, die klatschen irgendwie an. Ich will ja... Jetzt... Und dann... Ich will sie in meiner Hand. Ich will sie in meinem Kopf rein. Ich will sie in meiner Hand. Und das ist ja... Ich will sie in meinem Kopf rein. Das ist wirklich eine coole Gruppe, dass sie froh, dass ich sie tatsächlich lösche. Nee, komm, schluss, ich schade an. Tatsächlich suchte ich sie auch da, da hat mich wirklich direkt so geflasht, so what the fuck. Das ist wirklich strange. Okay, das musst du holen. Wenn es der wirkliche Spielmoment direkt am Kopf ist bei so Sachen, das kann nicht mehr gut gehen. Und ja. Und dann, ja. Dann gebe ich so ein... Veränder ich mich schon, ob er viel erweiter zusammen öbest. Ich möchte ihn noch mal benutzen. Oh cool, du sagst dann, what the fuck. Ich möchte jetzt mal hauptsächlich sprechen. Ich mache mal ein bisschen... Reads zu haben. Viel Bücher und ganz, ganz viel. Und ja. Cool, dass ich sie benutzen darf. Denn das ist die kleine Story, wie ich und sie gekommen sind. Äh, ich muss gut falsch sein. Ich weiß noch nicht. Wie gesagt, ich kann, ähm, Gebäude bauen. Noch ein nischer. Sieht groß aus, sieht cool aus, sieht mega aus. Ich finde, du sollst irgendetwas anderes behaupten. Irgendetwas anderes. Ich fühle mich von der Fungel auf der Back. Hm? Gut. Ja. Und da war das, wie das gekriegt wird. Ich hoffe, dass ihr euch gefallen. Tschüssi Kowski und ein wunderschönen Have a nice day. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.